Hier jetzt meine Version des Stabmagazines für die HP Max 9mm. Das Ganze ist mit einer Feder und einer Schiene realisiert. Sieben Schuss passen rein, geeignet für eigentlich alle Diablos und Pellets, die ich so kenne. JSBH, EXACT, Grizzlys, aber auch die General Pellets. Geladen wird folgendermaßen. Am besten mit dem Oberteil nach unten. Ein bisschen Vorspannung drauf geben und dann mit der Vorderseite rein plumpsen lassen. Einen nach hinten schieben, rein plumpsen lassen, weiter schieben, rein plumpsen lassen und dass auch die anderen funktionieren. Rein plumpsen lassen, rein plumpsen lassen, rein plumpsen lassen und den finalen genauso. Anschließend klemmt die gesamte Vorrichtung und wird zu transportiert. So, jetzt der große Test. Spannhebel nach hinten. Magazin rein, Spannhebel nach vorne. Geladen. Sicherung. Für alle, die glauben, dass PLA da nicht ausreichend ist, ich halte jetzt an der gesamten Waffe nur an dem Magazin. Natürlich sollte man nicht das als Gegenpol nehmen zum Spannen, aber für die Funktion ist das auf jeden Fall ausreichend. Schauen wir mal, was das Ganze kann. Schuss. Laden. Ein kleines Stück kommt raus, weil eine Kammer auf dem Flitten weitergefahren wurde. Der letzte Schuss ist schon durch. Deswegen hat er jetzt blockiert und sich nicht weiter laden lassen, weil zum Schluss der Kunststoff davor ist und das Ganze blockiert. Also sieben Schuss sauber durch. Nächstes Mal zähle ich auch mit. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Letzter Schuss. Sieben. Versuchen zu spannend. Ich komme nicht wieder zurück. Waffe blockiert. Magazin ist leer.